Hi, ich bin's, Dandi von Cum Laude Immobilia. Beim Homeblog stellen wir euch die schönsten Chalets und Häuser der Region vor. Diesmal haben wir drei luxuriöse Chaletanteile in Reitberg-Hitzbühel, im Hintergrund der Schwarzsee, auf der anderen Seite der Villa Kaiser. Perfekte Bedingungen für schönes Zuhause. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, liked unseren Kanal, abonniert unseren Channel und los geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.